Damit du dich nicht verbrennst, haben wir 5 Tipps, damit du dich vor der Sonne schützen kannst. Der erste Tipp ist ein guter Sonnenhut. Der ist super, er schützt sogar den Scheitel, wenn man einen hat. Der zweite Tipp ist die Sonnenbrille. Sie schaut, dass man die Augen gut schützen kann. Der dritte Tipp ist die Sonnencreme. Die Sonnencreme schützt meine Haut. Man muss immer genug Sonnencreme nehmen, sonst bringt es nichts. Denk auch an die Stellen im Gesicht, wo du dich leicht verbrennen kannst. Der vierte Tipp ist der Aftersun. Mit dem kannst du deine Haut kühlen, nachdem du an der Sonne warst. Der fünfte Tipp ist luftige Kleider. Etwas Luftiges ist Gutes. Kleider ist der beste Schutz, weil wenn man das so anhat, bedeckt es alles und man bekommt eigentlich keinen Sonnenbrand. Wenn es so ist, hat man immer hier den Sonnenbrand und hier nicht.